Guten Morgen! Sie wünschen? Morgen! Ich hätte gerne Äpfel. Was kosten diese hier? 2,05 Euro das Kilo. So teuer! Sind sie gut? Sehr gut, aber ich habe auch Äpfel für 75 Cent das Pfund. Ich nehme doch lieber die für 2,05 Euro das Kilo. Sieben Stück davon, bitte. Das sind 1 Kilo 200 Gramm. Möchten Sie sonst noch etwas? 1 Pfund Spinat. Sonst noch was? Nein, danke. Das ist alles. Also die Äpfel 2,46 Euro. Der Spinat 98 Cent. 3,44 Euro bitte. Hier. 10 Euro. Haben Sie es auch klein? Nein, leider nicht. Okay, 6 Euro 56 Cent zurück. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen.